Hallo, grüß euch. Johannes Krisch. 24 Jahre ist das jetzt her, das legendäre Falco-Konzert auf der Wiener Donauinsel. Und aus diesem Anlass und anlässlich seines heurigen 60. Geburtstages laden die Goldfisch zum großen Falco-Tribut auf die Wiener Donauinsel. Zahlreiche internationale und nationale Stars werden da sein. Am 24. Juni um 22.20 Uhr auf die Hauptbühne. Wir werden gemeinsam mit euch die Frage beantworten, die der Hansi damals gestellt hat, nämlich ist dieses Wien noch mein Wien? Also kommt bitte, enteischt es mich nicht, enteischt es den Hansi nicht. Und ich freue mich, wenn wir uns hängen zum großen Falco-Konzert. Bis dann, pfiat euch.